Wir müssen jetzt mal miteinander reden. Und zwar habt ihr die Chance, gegen mich anzutreten. Wow! Wettbewerb! Competition! Und zwar, ich fange mal vorne an. Am 15. September ist der Tag des Handwerks auf dem Kölner Heumarkt. Zwischen 16 und 20 Uhr. Da ist die Hölle los. Detlef Dizost kommt vorbei, der macht einen Flashmob. Die Band Emma 6 tritt auf. Und meine Wenigkeit ist auch dort. Und will von euch aufgefordert werden. Aber nicht zum Tanz. Sondern zum brutalen Battle. Yeah! Ihr wisst ja, meine Fähigkeiten liegen irgendwo zwischen Killer, Riesengenie und Totalniete. Ich würde sagen, das ist doch spannend. Aber ich will von euch eine Videobotschaft. Warum ihr meint, warum ihr die rechte Hand des Handwerks seid. Diese Videobotschaft brauche ich. Und mehr Infos dazu auf Facebook Mission Handwerk. Ich drücke die Daumen. Ich freue mich auf euch. Und ich hoffe, wir sehen uns am 15. September. 16 Uhr Kölner Heumarkt. Alles klar. Bis dann. Dочно. Bis dann.